das gute ist hier oben brauchen wir nicht so viel da reicht es wenn ich es einmal so ziehe 123 und dann ist das hier zu ist okay aber da oben fehlt noch was ja da gehe ich noch mal lang ist in ordnung aber hier gehe ich noch zwischen so das ist fest jetzt haben wir ein problem jetzt muss ich das für andere dinge nutzen schade ich dachte ich könnte hier die ganzen fischereien mit hinpacken muss ich die woanders hinsetzen ist in ordnung alles wieder da okay ich glaube wir haben soweit und dann haben wir hier eine sehr sehr hohe dattel produktion wir werden unglaublich viele mit rauskriegen wenn wir jetzt noch fisch dazu holen dann haben wir erst mal genügend um sehr viele leute zu versorgen das wird ein riesiges wohngebiet dann für will werden wir auch zwei marktfrauen die ganze zeit hin und her laufen lassen das sollte funktionieren angler so fünf stück wenn das nicht reicht weiß ich auch nicht und ein lager noch da kann der fisch rein hier kommen die datteln hin wir haben auch nicht mehr viel geld ich muss vorsichtig sein das schöne ist dass man im prinzip so wie bei den alten teilen natürlich unterstützt wird mit dem geld sollte es wirklich zu neige gehen aber man bekommt nicht viel mir ist das leider einmal passiert weil ich nicht vorsichtig genug war und dinge importiert habe die ich mir eigentlich noch gar nicht leisten konnte dann habe ich irgendwie 1500 oder so nochmal oben drauf gekriegt um das wieder ein bisschen auszugleichen das ging das war in ordnung datteln datteln da kommt der fisch rein ist okay so dann müssen wir das ganze noch irgendwie miteinander verknüpfen so wie ich baue mal sicherheitshalber hier schon eine feuerwache ich habe so ein bisschen angst dass das sonst abfackelt da habe ich keinen bock drauf dann können hier eigentlich auch die märkte mit hin und dann kommen hier die leute ran das ist glaube ich ganz in ordnung das gute ist dass die gärten keinen hehl daraus machen ob das hier jetzt wirklich farmland ist oder nicht gärten wachsen trotzdem wir lassen ein paar plätze frei und dann geht es los dass wir willen bauen müssen aber die willen sind teuer verdammt ich könnte im prinzip jetzt erst mal bloß für ein kleines wohngebiet sorgen von insgesamt 12345 denn sind hier jetzt zehn leute mit untergebracht das sind nur 1234 wieso verzähl ich mich da immer 5 dann müssen wir platz freilassen so weil da die gärten mit reinkommen ach ne so ok und da kommen hier nachher weitere leute mit hin jetzt erstmal noch die gärten aber wozu soll ich das jetzt schon bauen also für prestig ne ich muss sowieso die straße hier unten erstmal oben mit anbinden kann schon mal einen heiler mit hinstellen aber der bringt mir jetzt noch nicht viel den stelle ich weiter außerhalb hin das ist okay staubige straße mit ran und dann werden wir hier nämlich den einen marktplatz haben der nur datteln vertickt obwohl wir können ja auch die dame mit dem fisch einstellen das ist kein problem ich muss bloß den fisch nachher mit rüber bringen stellen wir das lagerhaus für fisch auch hier vorne mit hin das ist doof dann kann ich die gärten nicht mit rein bringen oder wir nehmen kleinere gärten das sollte reichen um die umweltverschmutzung unter 9 hier unter 8 zu halten denn 8 ist das höchste ist das maximum dass die haben dürfen ohne dass sie durchdrehen das geht 5,9 völlig in ordnung und dann können wir hier noch ein paar gärten hinballern und alles ist gut ok du kriegst gleich fisch ich brauche noch eine karawanserei die den fisch von hier nach da bringt theoretisch wäre ein zweiter marktplatz gut der dann ebenfalls noch fisch liefert ok vorbereitet ist alles wir brauchen im prinzip nur noch ein bisschen prestige hätte ich beinahe gesagt ein bisschen schönheit attraktivität um die leute dann dementsprechend entwickeln zu lassen was nehmen wir denn da große parks kosten 400 kleine palme ist aber auch wirklich klein würde dann auch 400 kosten wenn ich vier stück nebeneinander packen also kann ich gleich einen großen park bauen attraktivität ist hoch genug um zumindest schon mal auf die erste stufe zu kommen nicht bei allen neue handelsmöglichkeiten oh geht schon los zeigt mir die stadt oh sehr gut nehmt mir bitte die datteln ab ich will die nämlich verkaufen mahashi datteln verkaufen bitteschön bis zu 60 stück ist in ordnung das heißt ich brauche jetzt im prinzip noch eine weitere dattelfarm um hier dann noch mehr an datteln raus zu hauen denn das ist im moment unsere einzige möglichkeit geld zu verdienen so datteln dann hier bitte einmal abreißen damit wir die straße zum lagerhaus ziehen können dann brauchen wir die bewässerung screme die noch mal rum führen da führen sie schon mal nicht mehr hin das bedeutet ich brauche auf jeden fall noch eine weitere pumpe und ein graben der rüber geht so fehlt uns nur noch ein ganz kleines stück aber ich glaube das ist in ordnung wir nehmen noch einen weiteren arbeiter mit dazu dann haben wir auf jeden fall genügend obwohl komm wir lutschen das gleich aus was wir zur verfügung stehen haben und wir brauchen dann dementsprechend auch wieder neue normale arbeiter heißt ich werde mich erstmal um keramiken kümmern so dass die leute hier wachsen können und och ne ihr müsst ja auch noch erstmal gewachsen pfff alles gut so um euch kümmer ich mich später ihr seid soweit erstmal am bauen das eine Feld macht mir jetzt nicht so viel aus das ist okay du hast noch 14 andere alles gut 4,5 das ist noch zu wenig dann setzen wir jetzt hier kleinere bäume mit dran aber es gibt keine kleinen bäume die große attraktivität bringen deswegen nehmen wir jetzt die stählen drei stück für 450 und dann seid ihr definitiv erstmal glücklich und auch die umweltverschmutzung ist nicht so hoch das geht weil die bäume das ein bisschen wegnehmen wegfiltern ok wir könnten die leute entwickeln lassen die haben alles die haben fisch die haben datteln aber im prinzip brauche ich es jetzt gar nicht mehr wir haben ja jetzt die möglichkeit durch das ansehen noch mehr datteln zu verkaufen und wieder ein bisschen mehr umsatz zu machen das ist okay dann fehlt uns im prinzip jetzt was anderes jetzt müssen wir gucken was wir als nächstes verkaufen können entweder getreide oder bier na gut dann muss ich die leute doch entwickeln um das bier zu produzieren das wir dann verkaufen können dann können wir hier oben noch eine weitere bierproduktion machen wie auch immer ich da jetzt noch ein bisschen was an wasser hinkriegen soll aber dann muss ich halt hier ganz ganz viele wasserpumpen bauen um dann hier auch noch eine bierproduktion zu starten das runter zu bringen das können wir dann auch gleichzeitig den leuten zur verfügung stellen was habt ihr für probleme keine waren regt ihr euch ernsthaft darüber auf brandgefahr ist hoch das haus war zu lange ohne vorräte was ein anstieg des risikos verursachte seit wann ist das denn der fall na gut ist ja in ordnung ihr bekommt einmal brot ihr bekommt einmal Milch na zufrieden freut mich werden wir euch mal weiter ausbauen euch auch dann könnt ihr schneller und besser Patrouille laufen ja und dann werden wir hier jetzt die waren auch erstmal zur verfügung stellen obwohl warte mal wir haben zwar genug Fisch und alles aber dann kann ich doch auch gleich noch mehr Villen bauen so ein bisschen Geld ist ja noch übrig gewesen Umweltverschmutzung geht noch gerade so darf nicht über 8 sein wir sind bei 8,3 aber dann stelle ich hier noch zwei Plätze Parks wie auch immer mit hin die die Umweltverschmutzung rausfiltern 6,2 alles ist wieder gut und dann noch ein bisschen was was Attraktivität fördert wie ist die Attraktivität aktuell bei 6 4,8 4,8 ist zu wenig 12,6 ist super aber auch nur wegen den stillen hier unten das heißt oben fehlt uns noch ein bisschen Attraktivität dann zämmele ich da jetzt noch ein paar Plätze mit hin die sind relativ günstig und bringen ja trotzdem was so 9,1 wunderbar das heißt die können jetzt alle wachsen und wir hätten schon mal die ersten Stadtbewohner und dann müssten wir auch schon die Stadt Wachen irgendwo mit hinsetzen aber das machen wir dann auch später heißt du bekommst jetzt deine erste Route einmal hier rum dann da zurück da wieder hoch und da wieder zurück ja wie rum du läufst ist letztendlich egal Hauptsache du kommst am Ziel an und versorgst alle der Rest ist mir Wurst gut die ersten Stadtbewohner können kommen und wenn wir später einen weiteren Marktplatz bauen dann können wir die Leute Entschuldigung die Marktfrauen einmal links und einmal rechts laufen lassen neue Handelsmöglichkeiten zeigt mir die Stadt Ure möchte jetzt mit uns Handel treiben aber verkauft uns lediglich Keramiken die wir selber produzieren können wir könnten höchstens Weizen exportieren und Kupfer Mahashi scheint soweit glücklich zu sein mit denen haben wir schon Handelsbeziehungen und hier fehlt uns im Prinzip noch die Möglichkeit Bier zu verschenken weil wir noch kein Bier produzieren Babylon ist auch noch nicht auf unserer Seite möchte 120 ansehen haben wir sind genau bei 100 das ist super und ihr wollt auch 120 das heißt zwei weitere Städte werden später noch mit zukommen und Memphis kriegen wir erst wenn wir 200 ansehen haben sollte aber eigentlich laufen das ist kein Problem gut jetzt zieht weiter ein neue Handelsmöglichkeiten jetzt sind wir schon bei 125 zwei Städte wollen wieder mit uns Handel treiben Magan und Babylon da könnten wir Fisch verkaufen 20 im Jahr ja gut wäre möglich könnte ich noch mit hinsetzen würde jetzt auch nicht so viel kosten weder in Arbeitskräften noch ansonst irgendwas also baue ich hier jetzt ein Lagerhaus mit hin ziehe eine Straße rüber und nehme hier noch einen Fischer mit rein der nur für den Verkauf für ein bisschen Fisch arbeitet es ist nicht viel und wenn wir einen Fischer haben der da den ganzen Tag arbeitet mein Gott dann ist das so ach so passt gar nicht so richtig ne ja dann stelle ich ihn damit hin wichtig ist nur dass die Feuerwache rankommt um den auch zu löschen falls doch was sein sollte okay Fisch kommt ach so langsam tut mir alles weh vom nur rum sitzen das ist am laufen die Leute sind zufrieden kriegen jede Menge Zeug das heißt ihr seid jetzt schon mal da und könnt für die Sicherheit der Stadt sorgen indem wir hier Stadtwachen mit aufbauen Stadtwache Nummer 1 Stadtwache Nummer 2 da stelle ich jetzt erstmal keine mit hin aber hier unten muss definitiv noch eine ran Stadtwache Nummer 3 so wir brauchen mehr nicht nur Stadtwachen sondern auch mehr von den Stadtbewohnern um dementsprechend noch das ein oder andere mehr machen zu können heißt ich baue jetzt hier nochmal eine weitere Riege an Villen mit auf die werden wir später entwickeln wenn wir erstmal Kupfer haben und wenn wir Bücher und so weiter bekommen das wird aber noch eine ganze Weile dauern eigentlich dumm ich hätte hier noch einen Marktplatz gebrauchen können ich reiße mal die Stadtwache wieder ab kommt hier noch ein anderer Marktplatz mit hin der ebenfalls Datteln und Fisch rüberbringt du wirst diese Häuser versorgen ok und du wirst ebenfalls diese Häuser versorgen ja und die brauchen noch Attraktivität wir haben allerdings nicht mehr so viel Geld wir müssen ein bisschen vorsichtig sein auch wenn wir jetzt natürlich Fisch verkaufen können ich werde die Handelsroute schon mal mit Babylon in die Wege leiten Babylon brauchen wir sowieso die werden uns später die rituellen Gegenstände abkaufen ich wollte gerade sagen was machen die eigentlich jetzt weiß ich es wieder Babylon, Babylon, Babylon euch verkaufen wir 20 Fische im Jahr und Babylon bittet um einen Gefallen na denn bitteschön dann war es das jetzt mit dem Fisch sehr schön hat sich ja voll gelohnt ich brauche Kohle und mehr Attraktivität das bedeutet ja dann stellen wir hier jetzt große Palmen mit hin neue Leute kommen neue Stadtbewohner sind da und die Kriminalität beginnt zu steigen das ist okay jetzt wollte ich noch eine neue Stadtwache hier mit implementieren gleich zwei Leute die durch die Gegend laufen und dann können wir uns um die Bierproduktion kümmern und darum kümmern das Bier auch zu verkaufen und im Anschluss müssen wir uns unbedingt um die Götter bemühen gerade Enlil das ist einer meiner wichtigsten Götter überhaupt der soll ja natürlich glücklich sein und nur der Stadtgott der kann auch wütend werden und dementsprechend noch ein paar Katastrophen überein zünden ein bisschen Attraktivität fehlt noch jetzt seid ihr bei 13,6 das reicht definitiv bis zur letzten Stufe auch ihr seid bei 7,8 das kann ich noch erweitern indem ich noch was dazwischen pflanze das ist okay wichtig war mir bloß dass wir die erste Stufe definitiv mit rankriegen jetzt haben wir 510 Arbeitslose mit denen wir schon mal Bier produzieren können ihr würdet dadurch aber nicht aufsteigen das ist ein Problem das heißt wir werden uns erstmal wahrscheinlich um Kupfer kümmern dass wir das kriegen und euch dann noch weiter aufstufen können um dann dementsprechend irgendwann mal mit der Bierproduktion nicht nur diese Leute hier weiter aufzustufen sondern auch noch zu verbessern aber jetzt fällt mir gerade ein wir haben ja noch nicht mal Keramiken und das ist ein Problem ihr werdet erstmal weitere Arbeitskräfte dazu kriegen guti so dass wir immer genügend Brot haben dass wir dann den Leuten zur Verfügung stellen können auch ihr seid immer fleißig dabei Milch zu produzieren so dass die niemals verhungern werden und jetzt muss ich mich darum kümmern hier noch ein bisschen was mit anzubringen wisst ihr was ich zusätzlich mache wir haben ja verschiedene Götter die auch verschiedene Umgebungen bereichern aber eben auch global alles ändern hier heißt es es gibt 5% niedrigere Löhne das heißt wir brauchen ihnen nicht so viel zu zahlen niedriger Verbrauch für Häuser an mittleres Niveau das bedeutet die ganzen unteren Gebäude sind jetzt auf jeden Fall schon mal nicht dabei sehr viel zu verbrauchen und Zababa macht niedriges Kriminalitätsrisiko das ändern wir jetzt ab wir nehmen niedrigen Verbrauch für Häuser im niedrigen Niveau das bedeutet dass unsere Leute weniger von der Milch weniger vom Brot und später auch von Keramiken und Wasser und so weiter verbrauchen das ist schon mal sehr gut und da werden wir jetzt Keramiken produzieren die an beide liefern lassen bin gerade am überlegen wo ich das mache denn hier wollen wir auch noch andere Dinge verkaufen wir verkaufen aktuell nur Datteln und Fisch und hier sollte eigentlich auch die Bierproduktion stattfinden dann wollte ich hier oben noch weitere Dinge machen damit ich die hier so lang ziehen kann das heißt dass wir die Keramiken mal weiter vorne produzieren dann kann ich hier später noch eine andere Produktion mit hinbauen sodass da noch mehr Leute entstehen sollten wir noch weitere Leute benötigen in unserer Stadt das denke ich fast gar nicht mehr wenn wir die hier wirklich noch aufstufen mit Bier und Alpen drum und dran die bräuchten im Prinzip noch die Tafeln die können wir dann auch hier noch produzieren dann geht es sowieso aufwärts so ein Lagerhaus für Keramiken nichts annehmen außer Keramiken wo sind sie? da dann die Keramikwerkstatt ich immer mit meiner Shift-Taste machen wir sechs Stück das dürfte fürs Erste reichen Straße dann brauchen wir auch noch sechs Mal nee, nicht ein Lagerhaus sechs Mal eine Lehmgrube drei, vier, fünf sechs Straße mit dazu wir brauchen die Keramiken nicht zu verkaufen so viel ist sicher so, das Schöne ist auch dass wir hier jetzt den ärmlichen Marktplatz mit hinbauen können sagen dann hey, verkauf nee, kein Bier verkauf Keramiken und dann können die nämlich von hier aus rüber laufen und dann brauchen wir bloß die Karawanserei einmal mit rüber zu setzen und hier noch ein Lagerhaus mit hinzustellen das sollte eigentlich ausreichen weiterer ärmlicher Marktplatz nur Keramiken und weil ich so verdammt nett bin und hier ja sowieso jetzt alles soweit gebaut ist werde ich das alles miteinander verbinden und dann auch dafür sorgen dass die Leute nochmal ein bisschen mehr an Heilung, Medizin bekommen sodass die gar nicht erst großartig dazu übergehen Krankheiten ausbrechen zu lassen bräuchten wir hier mittlerweile auch es sind sehr viele Gebäude okay und schon haben wir auch nur noch 140 Leute das muss dringend verbessert werden das Gute ist dass wir schon dafür gesorgt haben dass die ganzen Keramiken jetzt kommen und dann können wir mit der Karawanserei das einmal rüber bringen das läuft eigentlich ganz gut bitte einmal die die Keramiken von hier einladen und da wieder ausladen damit das dann auch in der Stadt oder in dem Stadtteil verteilt werden kann zur Not kann ich hier noch weitere Keramikwerkstätten mit hinbauen die können das Lager ebenfalls versorgen alles ist gut die sind auch schon fast voll das ist schön und wenn beide Lagerhäuser voll sind die Märkte voll sind dann können wir das Ganze freigeben das heißt bis dahin werden wir jetzt erstmal noch mit den 105 Leuten die noch übrig sind klarkommen müssen sollte jetzt also ein Haus abfackeln wird schon ein bisschen knapp meine Lieben wir haben sehr viel erreicht sehr viel geschafft ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Part vielen lieben Dank fürs Ansehen von Nebukadnezar hier in der achten Mission die wir bisher noch nicht gespielt haben und bis gleich Ah etwas Ruhe ein Kaffee und ein Video von Biso Zimt ist alles was ich brauche gut dass ich ihn abonniert habe kommt jetzt das nächste Video bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal